So, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Stream, neuer Shop. Also wir gehen ganz schnell rein in den Shop. Ich mach auch ganz kurz und knackig. Was haben wir drin? Ah, Rote Yard ist wieder drin. Knight Rider... Setz dich doch. Dann haben wir ja ein komplett neues Emote. Ah ja! Kann man mal so machen, ne? Was haben wir noch drin? Riley ist drin. Wer bist du? Ach, der Taucher. So schlecht finde ich den Skin eigentlich nicht. Ich weiß, ich sag immer, die Skins mag ich so nicht. Aber den geht eigentlich. Den hab ich jetzt schon öfters mal in der Lobby gesehen. Dann denkt dran, ich bin gleich live. Einfach unten in der Videobeschreibung. Ihr wisst ja, Twitch und Co. Dann, wenn ihr mich noch unterstützen wollt, gerne Creator Code eintragen. Yt-FamilyHack. Dann seht ihr das Weitere. Ich hab ein natürlicher Starterpaket gegönnt. Ich sag ganz ehrlich, wir sehen es nochmal hier. Für 5 Euro. Der Skin, Backplink, Pickaxe und 600 V-Bucks. Mehr geht nicht. Wenn ihr euch eh V-Bucks kaufen wollt, kommt ihr eigentlich an dem Angebot nicht vorbei. Aber muss jeder selbst entscheiden. Einige feiern den Skin, andere nicht. Ich sag einfach mal, in Anführungszeichen der Skin ist geschenkt in meinen Augen. Aber muss, wie gesagt, jeder für sich selbst entscheiden. Für die Rettet die Welt Junkies unter euch. Zwei V-Bucks Aufgaben sind da. Wir fangen gleich auch an. Dann erst machen wir Rettet die Welt. Die zwei V-Bucks Mission fertig. Ein paar Tagesaufgaben. Dann machen wir hier die ganzen 14k Dinger fertig. Und dann fangen wir an mit den Custom Games. Also wer mitmachen will, circa, ich denke mal eine Stunde werde ich brauchen bis ich alles fertig habe. Und dann fangen wir an mit den Custom Games. Also in dem Sinne würde ich sagen, bis dann. Und haut rein. Und vergesst nicht, bei Twitch habt ihr immer noch die Chance ein Skin zu gewinnen. Wie einfach nur da sein. Kommt einfach rein ins Stream, gibt Ausrufzeichen, Gewinnspiel ein. Dann wisst ihr auch genau, was ich meine. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis gleich.